Seid gegrüßt. Es ist wieder soweit bei Glückskeks der Wuppe. Das Bemühen um einen Menschen bringt unerwartete Belohnung. Wenn man sprichwärtig das Glück selbst in die Hand nehmen sollte, habt diesmal ihr die Wahl. Aus welcher Sorte möchte ich den Glückskeks vorgelesen haben? Die 1, die 2, die 3 oder die 4, Schreppkenner ein paar Monaten drunter. Die Zahl, die am meisten fällt, dementsprechend ziehe ich den Glückskeks aus der Packung. Macht's gut, bleibt gesund, wir sehen uns die Tage. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.